Ja hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Heute geht es um die Abschlagsfläche. Heute werde ich diese Fläche einsehen. Heute werde ich euch verraten, welche Rasenmischung ich tatsächlich nehme. Und dazu kommen wir gleich. Wir schauen uns erstmal die Fläche an. Wie sieht sie aus? Ist sie überhaupt gut vorbereitet? Weiß ich nicht. Ich hoffe. Ich habe auf jeden Fall, das kann man jetzt nicht sehen, ich habe auf jeden Fall gestern nochmal Algengranulat auf die Fläche gestreut, eingearbeitet, ein bisschen eingehakt. Und ich habe gestern schon gedüngt. Ich habe einen mineralischen Dünger von Combo genommen, Fertilis Speed. Also einen Dünger, der sehr schnell wirkt, Fertilis Speed. Das habe ich auf die Fläche gestreut, das Zeug, um eine gute Startdüngung zu haben. Da ist jetzt nicht besonders viel Phosphor drin. Wir haben ja viel Phosphor auf der Fläche. Von daher habe ich jetzt nicht eine übermäßig hohe Phosphor-Gabe auf die Fläche gebracht, sondern eine ganz normale Mischdüngung. Warum reite ich auf Phosphor so rum? Ja, normalerweise sagen die Profis, dass man bei einer Neusaat sehr viel Phosphor, also vor allen Dingen Phosphor auf die Fläche geben soll, weil der Phosphor für ein gutes Wurzelwachstum sorgt. Und deswegen normalerweise eine Startdüngung, also wenn man einsät oder nachsät oder neu sät, dann ist eine Startdüngung immer sehr phosphorbetont. Aber das machen wir hier nicht. Ich bin der Überzeugung, das geht auch so. Man muss nicht zu viel Phosphor auf die Fläche raufhauen. Und ich habe ja eben, wie gesagt, viel Phosphor in meinem Boden drin. Und dann muss das Gras damit klarkommen. Ja, wir haben diese Fläche hier, meine Frau und ich haben diese Fläche in mühsamer, mühsamer Handarbeit. Ich weiß nicht, ob bei Instagram, ich glaube bei Instagram, da halte ich das Video nochmal schnell hoch. In mühsamer Handarbeit haben wir hier das ganze Unkraut befreit. Man sieht aber jetzt, dass, ich gehe jetzt mal auf die Fläche drauf, dass hier schon die ersten Helmchen wieder rauskommen. Also hier sind jetzt doch sehr, sehr viele Unkräuter schon wieder am Auflaufen. Ja, da mache ich jetzt nichts mehr. Das muss ich dann eben nach und nach so ein bisschen rauszupfen. Die Fläche ist auch halbwegs eben. Ich habe jetzt nicht auf Millimeter jetzt hier die Ebenheit versucht hinzubekommen, sondern es kann sein, dass es hier und da vielleicht einen kleinen Hügel oder noch eine kleine Senke gibt. Und das werde ich mit Sand dann später noch ein bisschen ausgleichen. Wir sind auch nicht ganz so hoch wie der Rand. Wenn wir jetzt hier die Fläche walzen, wird der Rand wahrscheinlich so ein bisschen hervorstehen. Das macht auch nichts. Wie gesagt, da kommt jetzt ja immer wieder Sand drauf und dann wächst der Boden von ganz alleine und ruckzuck ist dann halt das Niveau höher als meine Ränder. Und von daher passt das aus meiner Sicht so ganz gut. Ja, okay. So, wen haben wir jetzt mitgebracht bzw. wer ist jetzt vorbeigekommen? Da hinten steht er schon. Er ist schon ganz aufgeregt. Okay, so liebe Randfreaks, ja, das ist Julian Pech. Julian, herzlich willkommen. Hallo Andreas, hallo Martina im Hintergrund. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, Julian, du betreibst die Gruppe, die Facebook-Gruppe Mein Schöner Rasen und bist jetzt zum Unternehmer geworden. Hast ein kleines Gewerbe gestartet und hast dir überlegt, tatsächlich auch Rasenmischungen anzubieten. Und so sind wir halt zusammengekommen, haben natürlich überlegt, was können wir machen, mit wem können wir was zusammen machen. Und da dachte ich, Mensch Julian, das klingt echt gut. Ja, du hast also genau das gestartet. Warum eigentlich? Ja, wir sind jetzt ganz am Anfang mit unseren Rasenmischungen, die wir auf den Markt gebracht haben. Wir haben drei Rasenmischungen jetzt vorerst für den Anfang. Und ja, ist eigentlich aus so einer Schnapsidee, aus so einer Firmenbesichtigung heraus entstanden. Und da haben wir gesagt, Mensch, wieso machen wir da nicht was Eigenes, was auch hohe Ansprüche genügt, was eine solide Top-Qualität darstellt, wo man guten Gewissens das auf seine Fläche einsehen kann. Und da haben wir jetzt für den Anfang drei Rasenmischungen uns zusammengestellt, wo wir doch denken, dass da für viele Leute was Interessantes dabei sein könnte. Okay, ja, und ihr habt mit der Firma Freudenberger, oder du hast mit der Firma Freudenberger jetzt da eine Zusammenarbeit gestartet. Freudenberger sagte mir tatsächlich gar nichts. Ich gebe es zu, ich meine, ihr kennt ja so andere Firmen, die wir jetzt hier nicht nennen. Warum Freudenberger? Ja, die waren natürlich auch so ein bisschen aktiv, auch in der Rasengruppe und waren da unterwegs. Und da sind wir irgendwie mal in Kontakt gekommen, wie das so ist, mit vielen Firmen. Und da waren wir mal eingeladen zu einer Firmenbesichtigung, haben uns das vor Ort mal angeguckt, wie das eigentlich so abläuft in der kleinen Produktion, aber auch Riesenproduktion. Und dann kam doch uns die anfängliche Schnapsidee, Mensch, wie wär's denn mit einer Main, schöner Rasenmischung. Ja, und daraus ist das so die Idee letztes Jahr entstanden und über den Winter hin dann weiter geformt. Und wir haben eine Zusammensetzung gefeilscht und uns einzelne Sorten unterhalten, gestritten und gemacht und getan. Und sind dann jetzt an der Stelle, wo wir jetzt sind. Cool. Was habe ich für Ansprüche an so einer Rasenmischung? Erstmal, mir ist wichtig, dass natürlich das Gras möglichst dunkelgrün ist. Und jetzt ballert hier so richtig die Sonne rauf. Wahnsinn. Also das Wetter wird gerade immer better. Egal. Also dunkelgrün ist natürlich schön. Dann müssen natürlich die verschiedenen Grassorten und Gräserarten auch gut zusammenpassen von der Blattbreite. Und sie muss tiefschnittverträglich sein. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Ein Abschlag wird auch normalerweise so auf 10 bis 12 Millimeter geschnitten. Und das müssen die Grassorten, die verschiedenen Gräser alle auch verkraften. Und ist das so, Julian? Ja, ganz genau. Also mit den Anforderungen, die wir bei der Nummer 10 formuliert haben, war ganz klar, dass es auch für viele Rasenfreaks unter uns auch tiefschnittverträglich sein soll. Und auf jeden Fall auch in den einstelligen Bereich reingemäht werden sein soll. Und man kann sie aber auch länger lassen. Also wer seinen Rasen irgendwie auf 40 Millimeter bis 50 Millimeter lassen will, auch gar kein Problem. Vertragen die Sorten genauso wie ein Tiefschnitt in den einstelligen Bereich. Also das ist hier mein schöner Premium Rasen Dunkel Nummer 10. Ach so, so hat er ihn bezeichnet. Okay, also was heißt Nummer 10? Genau, also die Nummerierung der Rasensorten ist eigentlich daraus entstanden, dass wir wollten keinen besonders aufgeblähten, komplizierten Namen, den sich keiner merken kann. Sondern einfach nummeriert mit Nummer 10, Nummer 20, Nummer 30. Ja, einfach der Einfachkeit halber und dass man es sich auch gut merken kann, was man da eigentlich dann mal verwendet hat vielleicht oder so. Cool. Was ich total cool finde, ist, dass die Gräser, die Früchte, die Gräserfrüchte in so einem Stoffbeutel verpackt sind. Also das habe ich noch nie gesehen. Das finde ich total schick, Julian. Also wirklich ein reiner Stoffbeutel, schön einfach genäht. Da ist kein Plastik dran. Das finde ich cool. Wie kommst du denn auf sowas? Also das ist eine schöne Verpackung. Die Idee ist eigentlich daraus entstanden, dass wir beide besagten Besichtigungen von der Firma, die Versuchssaatgüter, die einzeln verpackt waren, in der Schatzkammer, nenne ich sie mal, standen alle in diesen Baumwollbeuteln abgepackt waren. Das ist richtig Baumwolle. Das ist eine richtig schöne Baumwolle. Und ich fand das so interessant und von der Haptik her und einfach was anderes, weil ich glaube, ich habe es so noch nicht irgendwo großartig gesehen. Und ja, war eine Idee und haben wir so umsetzen können letztendlich. Ist natürlich dann auch Hand abgefüllt, das passt nicht in eine Maschine rein. Also auch kleine Mengen, wie viel ist da jetzt drin hier? Ist das 5 Kilo oder? Genau, das ist der 2,5 Kilo Beutel. 2,5 Kilo. Genau, 1 Kilo Beutel und 2,5 Kilo Beutel. Reicht für Fläche? Genau, so 150 Quadratmeter rum. Okay. 2,5 Kilo und ja, auch wenn man größere Mengen bestellt, bekommt man es aktuell in den 2,5 Kilo Beuteln. Ach so, immer in den kleinen Beutel. Du kriegst jetzt nicht so einen großen Sack, sondern du kriegst dann, wenn du mehr bestellst, einfach mehr Beutel. Genau, aus der Einfachheit halber raus. Zum Start hin haben wir es eigentlich so abgefüllt und sind jetzt erstmal auch dabei geblieben, weil es sich auch herausgestellt hat, dass es eigentlich auch einfacher ist, wenn du irgendwie 10 Kilo Saat gut bestellst. Du hast nicht so einen Riesensack, du hantierst nicht mit so einem Riesensack, sondern kannst dir mit den kleineren Säcken das auch bisher portionsweise abfüllen und meistens bestellt man ja eh mal nochmal ein Kilo zu viel, kann sich vielleicht nochmal ein Säckchen stehen lassen. Cool, sehr cool. Jetzt kommen wir mal zur Rasenmischung. Was ist da eigentlich drin? Also jetzt gucken wir mal drauf hier auf den Beutel. Ist dummerweise so rum drauf. Ja, so rum, ja egal. Also wir haben jetzt hier drin 40% Loliumpäne, das sind immer die maximale Menge an Loliumpäne, Corsica. Was ist das für eine Grassorte Corsica? Kannst du dazu was sagen? Hast du da so ein bisschen dich schlau gemacht? Genau, also diese Loliumpäne Corsica ist in dem Fall auch so dann letztendlich die Hauptstandsbildnerin, so ein bisschen aus der Mischung. Ist eine super top bewertete Loliumsorte und die ein bisschen die Besonderheit dabei ist, dass die ausläuferbildend ist. Ach, die ist sogar ausläuferbildend. Genau, also nach dem ersten Winter, sagt man, bildet die schon deutliche Ausläufer und sorgt dafür halt für noch eine bessere Regenerationsfähigkeit der Fläche. Ja, interessant. Dauert ein bisschen tatsächlich, die Lolium braucht lange, bis diese Ausläufer wirklich auch da sind. Da sollte man nicht so viel erwarten, aber das heißt eben nicht mehr rein Horst bilden, wie normalerweise das deutsche Weidelgras wächst, sondern ein bisschen Ausläufer bilden. Cool, so was haben wir noch? Wir haben dann zwei Festuca Rupra, einmal die Commutata und die Trichophylla, Greenfield und Pinafore jeweils, also auch in Summe 40 Prozent, also Festuca Rupra. Kannst du zu den Sorten auch was sagen? Ja, beides auch gute Sorten, die sich im Zusammenspiel in der Mischung natürlich hinterher für den feinblättrigen Anteil hinterher in der Mischung für das Optische auch ein ganz gutes Bild abgeben. Wie breitblättrig ist die Lolium? Ist die auch schon eher vom Trend her normalblättrig oder normalbreit oder ein bisschen feiner vom Blatt? Die Corsica ist tendenziell eher eine feinere Loliumsorte auch, ja. Ah ja, klingt gut. So, was haben wir noch? Ah ja, Poapratensis, Brooklawn, Mantelsaat, aha, also 50 Prozent Mantelsaat steht da, also nochmal 20 Prozent die Poapratensis, also die Wiesenrispe, Brooklawn. Ich kenne diese ganzen Sorten nicht, also bitte, das gibt Tausende. Aber was ist das für eine Sorte? Genau, ist auch eine gute Sorte der Wiesenrispe, also der Poapratensis, in diesem Fall ummantelt als Mantelsaat. Heißt? Genau, ist speziell ummantelt mit Huminsäuren, mit Bakterienstämmen, die die Keimung fördern, gerade weil ja die Poapratensis eher eine Sorte ist, die bis zu drei Wochen auch für die Keimung benötigt. Ist die dadurch ein bisschen unterstützt und ja, hilft dir, sage ich mal, sich in der Fläche hinterher auch zu etablieren? Ganz wichtig, drei verschiedene Sorten. Die Lolium braucht bei den optimalen Bedingungen, die wir jetzt haben, also die ist schön warm, viel Feuchtigkeit, braucht die keine sieben Tage, behaupte ich mal, bis die aufgelaufen ist. Wir werden sehen. Die Festuca braucht so 10 bis 14 Tage, die braucht ein bisschen länger normalerweise und die Poapratensis braucht in der Regel so 20 Tage, drei Wochen, bis sie aufgelaufen ist. Das heißt, so lange muss man kontinuierlich die Fläche feucht halten. Ich habe das schon oft erwähnt in diversen Videos. Genau, das werden wir jetzt auch tun. Die Bewässerung ist vorbereitet. Die Fläche ist vorbereitet. Wir haben hier hoffentlich eine top, hoffentlich eine top dunkelgrüne Rasenmischung vom Julian. Die werden wir jetzt verwenden. Und die könnt ihr natürlich auch bestellen. Dazu könnt ihr unten den Link verwenden. Ja, wir haben mit Julian eine Kooperation. Ich kriege eine kleine Provision, wenn ihr was über meinen Link kauft bei Julian. Aber ihr könnt auch warten, bis das alles aufgelaufen ist und bis ich ein Urteil abgegeben habe. Oder auch nicht. Also wartet lieber. Denn wir gucken uns das jetzt mal ganz genau an. Julian, auf der kleinen Fläche. Du bist total aufgeregt, was der Rasenpfliegel nachher zu deiner Mischung sagt. Ich auch. Ich freue mich endlich mal über eine perfekte, gleichmäßige Rasenfläche, die ich hier tatsächlich nicht habe. Sieht auf den Videos bloß immer so gut aus. Und wir haben eine abgeschlossene Fläche. Also da können wir hoffentlich auch die ganzen Fremdgräser ein bisschen im Zaun halten. Ich muss wahrscheinlich viel rauszupfen, damit es auch wirklich dann nicht irgendwelche Pora-Spots gibt. Ja, wir werden sehen. Ja, wir starten jetzt hier los mit der Einsaat. Ja, der Julian und ich. Wir schreiten gerade hier über die Fläche, die wir jetzt einsehen wollen. Und wir stellen gerade beide fest, dass wir richtig Angst davor haben. Also es ist verrückt. Man hat hier so viel Arbeit reingesteckt. Man hat hier den Mutterboden raufgehauen. Man hat das alles durchgefräst. Man hat das Unkraut rausgezupft. Und das ist tatsächlich so der letzte Schritt. Der letzte Schritt. Die Rasenfläche ist frisch angelegt. Jetzt kommt die Einsaat rein. Und jetzt muss es klappen. Jetzt muss es gut werden. Und dann überlässt man ja diese Fläche ihrem Schicksal und hofft, dass dann in ein bis zwei Wochen hier wirklich was zu sehen ist. Und dass das Unkraut nicht dominanter ist. Unkraut ist nicht so schlimm, weil das wird über das Mähen ruckzuck auch verschwinden. Schlimmer sind natürlich die Fremdgräser, die hier auf jeden Fall noch drin sind. Und die auch wieder natürlich mit auflaufen werden. Und bei so einer dunkelgrünen Rasenmischung ist natürlich so eine Poa Anua, so ein Poa Anua-Nest. Viel, viel deutlicher zu sehen als bei so einer etwas helleren Rasenmischung. Und das muss man genau wissen. Wenn man jetzt sagt, ich will einen dunkelgrünen Rasen haben. Ja, das hört sich toll an. Aber jedes helle Fremdgras, eine Poa Anua, eine Poa Supina, eine Poa Trivialis, eine Quecke oder was auch immer da jetzt aufläuft, wird man deutlich sehen. Und das muss man wissen. Und wenn man da nichts gegen tut, wird das im Laufe der Jahre irgendwann total checkig aussehen. Wir werden, wir brauchen, wir haben 20 Quadratmeter. Wir brauchen hier 20 bis 25 Gramm pro Quadratmeter. Also sind das 500 Gramm. Jetzt im Matheunterricht aufgepasst. 500 Gramm. Ein halbes Kilo. Stimmt? Schatz, ich helfe mal. 25 Gramm. Mal zwei sind 50 Gramm pro Quadratmeter. 500 Gramm. Also ein halbes Kilo. Wir brauchen ein halbes Kilo für die ganze Fläche hier. Warte mal, Julian. Ist es wichtig, den Sack nochmal zu schütteln, dass sich das Saatgut gut vermischt? Genau. Wenn wir das natürlich ausliefern zur Produktion, sind die natürlich gut gemischt. Aber durch Lagerung und Transport und so weiter, Standzeiten, auch aufgrund der unterschiedlichen Größen, Korngrößen, kann es natürlich sein, dass es sich natürlich im Beutel so ein bisschen wieder entmischt. Deswegen sollte man natürlich vorher nochmal ein paar Mal den Sack einmal so ein bisschen rumdrehen. Machen wir jetzt auch. Wir wollen es ja perfekt haben. Also das ist ganz wichtig. Wir haben unterschiedliche Körner, also Früchte, Korngrößen. Und damit das möglichst gleichmäßig jetzt verteilt ist, das Saatgut, muss man das so ein paar Mal schwenken. Man riecht das auch schon. Es riecht nach Getreide. Ja klar, der Beutel ist natürlich offen durch das Kaumbollgewebe. Ja, cool. So, wenn man einmal den Anfang hat, dann kann man den ganzen Faden auch rausziehen. Cool. Und dann ist es schon. Gut, mehr anmachen. Steht die richtig? Ja. Gut, dann hau mal rein, das Zeug. Das Kostbare. Ist Saatgut teuer? Ja, natürlich. Also beim Saatgut kann man schon davon ausgehen, dass natürlich Qualität natürlich auch seinen Preis hat. Also es gibt billige Saatmischungen, da sind Futtergräser drin, einjährige Gräser. Gut, mal ein bisschen. Oh. Mal ein bisschen, ein bisschen. Gut. Da haben wir es schon. 504 Gramm. Sehr schön. So, das ist die Menge, die wir jetzt hier auf der Fläche verteilen müssen. So, ich werde jetzt nochmal nochmal die ganze Fläche leicht aufhaken. Ganz leicht, dass wir das Saatgut auch in den Boden hineinkriegen. Wenn wir es ausgestreut haben, werde ich mit einer Walze, da kann man jetzt, oder man kann das auch festtreten, also muss das Saatgut auf jeden Fall festgetreten werden, fest angedrückt werden, so heißt es fachlich richtig, angedrückt werden, damit es guten Bodenkontakt hat, das Saatgut, und es kann ruhig bis zu anderthalb Zentimeter in den Boden hinein. Das ist die ideale Tiefe, es muss nicht oben aufliegen, es braucht also kein Licht, keine Sonne, das Saatgut braucht vor allen Dingen Wärme und die Feuchtigkeit, und die kleinen Unkräuter machen mich hier fast wahnsinnig. Gut, egal. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit er öffnet, er öffnet jetzt viel zu weit. Auch das, ne, wieder so eine, so eine Gefühlsgeschichte. Wie weit, wie weit muss dann jetzt dieser Streukasten öffnen, damit das da gut rausrieselt. Es ist, was sagst du, Julian, zu wenig? Wir testen es einfach mal. Ja, wir machen das jetzt, wir hauen das Zeug jetzt hier rein, schön verteilt. So, ist echt eine erstaunlich kleine Menge. Und dann, schauen wir mal. Ich sehe nichts rieseln, seht ihr was rieseln? Ich habe das Gefühl, es rieselt gar nichts. Und das ist schon wieder, das ist das Grauen schlechthin. Seht ihr was rieseln? Sehr wenig, ja. Ist doch irre, oder? Jetzt kommt was. Ja. Ja, das sieht gut aus. Au, geklemmt. Nee, da ist schon eine Häufung. Toll. Toll, Andreas. Toll. Hier ist gar nichts. Das ist ein Thema Gleichmäßigkeit. Noch genug drin. So, jetzt kommt der letzte Eck. Jetzt will ich nochmal ganz leicht, ganz leicht hier nochmal die Saat so ein bisschen einhaken. Über Kreuz. Und dann walzen wir nochmal. Ich hoffe, mein Sportman läuft jetzt wieder. Walzen wir mit dem Sportman nochmal rüber. Das kann man aber auch mit jeder normalen Gartenwalze machen. Oder man kann es auch mit den Füßen fest treten. Wichtig ist halt der Bodenkontakt, wie vorhin schon gesagt. Und dann bewässern. Wirklich drei Wochen. Und das hält eben kaum einer aus. Drei Wochen bewässern, damit die Pratensis aufläuft. Auch die Pratensis, die Poa Pratensis aufläuft. Und ich habe eben sehr, sehr sandigen Boden. Ich werde sogar fünfmal am Tag bewässern. Fünf Minuten, fünfmal fünf. Fünfmal am Tag fünf Minuten bewässern. Um hier eine gleichmäßige Feuchtigkeit über die Wochen zu haben. Es fühlt sich echt wahnsinnig an. Und das geht nur mit der Bewässerungsanlage. Und ich behaupte mal, nach einer Woche wird das hier schon auflaufen, auslaufen, auflaufen. Und das werdet ihr natürlich sehen. Ja, Julian. Was sagst du? Bist du auch gespannt, wie es wird? Ja, bisher sieht es auf jeden Fall gut aus. Die Saat ist gleichmäßig verteilt. Wie wir bei Andreas vorhin auch gesehen haben. Lieber öfter ein bisschen hin und her und möglichst gleichmäßig verteilen. Wenn jetzt an einer Stelle mal ein paar Samen mehr liegen als an der anderen, da braucht man sich gar keinen Kopf drum machen. Also da muss man jetzt keine Wissenschaft draus machen. Einfach versuchen, möglichst gleichmäßig auszubringen. Und wie du gerade sagtest, wichtig, einen Bodenschluss herzustellen. Deswegen vielleicht nochmal leicht einhaken. Eben anwalzen, dann feucht halten. Dann klappt das auch auf jeden Fall. So, ich hake das jetzt wirklich nur ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig ein bisschen ein. Guck, wie das schon staubt. Das ist der Wahnsinn. Ich habe das die ganzen Tage jetzt gewässert. Hier ist jetzt ein bisschen viel. Kann man hier ein bisschen in die Ecke nochmal reinziehen. Die ganzen Tage gewässert. Und trotzdem Steinchen natürlich. Steinchen sind auch noch da. Ist das schon wieder so staubig. Deswegen halt möglichst oft und kontinuierlich bewässern. Huch, so verrückt das ist. Da war ich schon. Ja, die ganzen Steinchen, die jetzt hier sichtbar sind, sind natürlich auch nicht schön. Wenn dann irgendwann die Fläche fertig ist und gemäht wird, dann renne ich hier wahrscheinlich wieder stundenlang drüber und sammle hier jedes einzelne Steinchen auf, was sich dann noch an der Oberfläche befindet. Bevor dann der Spindelmäher zum Einsatz kommt, müssen hier, ja, ich sag mal zu 99, weil eigentlich zu 100 Prozent alle Steinchen raus sein, von der Oberfläche weg sein. Denn wenn man so ein Steinchen hier in die Spindel rein kriegt, ist sie gleich, hat sie gleich eine Macke, also kaputt ist sie nicht, aber sie hat dann gleich eine Macke und das ist so gruselig. So, ein bisschen eingehakt, noch mal ein bisschen geglättet. Die kommt schon hier natürlich, verfallen jetzt auch hier solche, hier solche Blätter auf die Rasenfläche. So, zack, weg damit. Fertig. Jetzt ist es natürlich ganz wichtig, dass alles noch trocken ist, dass nicht jetzt an einer feuchten Walze oder an einem feuchten Rasenmäher irgendwas kleben bleibt, sondern jetzt muss es nochmal wirklich trocken sein, um es hier möglichst anzuwalzen und nicht wieder aufzusammeln. Und ich fahr jetzt hier rüber und das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, guck mal, schon, wässig wieder. Das kommt ja besser gewesen. So, so rum ist besser. Eigentlich besser man ranfahren hier. Ja, das ist besser. Ja, es ist nicht alles perfekt eben. Sieht man hier, ne, hier ist eine kleine Delle. Das kann man hinterher mit Sand noch ausgleichen. Wenn das, ich sag mal, zu 80 Prozent halbwegs eben ist, dann ist das gut. Hallo. Oh, das war knapp. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Ich starte jetzt für den Testlauf hier mein Bewässerungsventil von Hand und dann lassen wir jetzt mal fünf Minuten hier laufen. Und jetzt geht er ab. Jetzt, wo man die Bewässerung gestartet hat und wo die Früchte, die Gräserfrüchte, diese kleinen Grassamen, das erste Mal feucht werden, gibt es kein Zurück mehr. Ist jetzt vorbei. Jetzt müssen wir da durch. Drei Wochen. Oh, ich freue mich schon auf die erste Mähmung. Das wollte ich zum Schluss nochmal sagen. Das ist natürlich jetzt der pure Luxus. Ein eigener Kreis für diesen Abschlag. Nur die kleine Fläche hier rechts da wird noch mitbewässert. Das ist die einzige Fläche, die noch zusätzlich jetzt mitbewässert wird, obwohl die ja nicht fertig ist. Also man hat ganz wenig Wasserverluste eigentlich, weil eben nur diese Fläche bewässert wird. Dann diese feinen Sprüher, die feinen Beregner, diese Hunter-MP-Rotatoren, machen schon gleichmäßiges feines Tropfenbild, dass es nicht irgendwelche Pfützen jetzt gibt. Und nach fünf Minuten ist es auch, also irgendwann kommen Pfützen, auch hier, auch bei diesen Beregnern, aber nach fünf Minuten eben noch nicht. Man kann das wunderbar über die Bewässerungsanlage, über die Programmierung steuern. Das ist natürlich der pure Luxus. Klar, von Handbewässern ist bei drei Wochen lang kaum möglich. Auch wenn jemand arbeitet natürlich tagsüber, das geht so perfekt ohne Bewässerung eigentlich nicht. Okay, gut. So, jetzt aber endgültig Tschüss und danke fürs Zuschauen. Super, Raunfix. Schaut es euch an. Yeah. Echt unglaublich. Wir haben heute Mittwoch, das heißt, wir haben genau jetzt eine Woche später, wir haben letzte Woche Mittwoch hier eingesät. Das habt ihr ja gerade episch gesehen. Und jetzt zeige ich euch mal gerade noch die Bilder. Nach vier Tagen, nach fünf Tagen und nach sechs Tagen. Ich glaube, sonst muss ich das rausschneiden. Und das jetzt nach einer Woche. Es ist mega gut aufgelaufen. Das Gras ist schon tatsächlich bestimmt so drei Zentimeter hoch. Ich bin schon am Überlegen zu mähen. Man sieht es so ein bisschen, dass es hier so in den Reihen tatsächlich so ein bisschen aufläuft. Auch nicht ganz gleichmäßig. Es ist nicht überall gleichmäßig. Aber interessanterweise sind es die Früchte, die tatsächlich eingebuddelt waren. Die sind zuerst aufgelaufen. Die Früchte, die oben drauf liegen, die kommen anscheinend noch nicht. Ich habe tatsächlich siebenmal am Tag bewässert. Siebenmal am Tag, sieben Minuten. Wir hatten es so heiß, so heiß jetzt die letzte Woche. 27, 28 Grad tagsüber. Und dieser sandige Mutterboden ist so schnell ausgetrocknet, dass ich siebenmal am Tag bewässern musste. Es ging um sechs Uhr los, dann acht Uhr, zehn Uhr, zwölf Uhr und so weiter. Alle zwei Stunden für sieben Minuten. Und dadurch ist die Fläche kontinuierlich feucht geblieben. Das geht jetzt so weiter. Nicht ganz. Ich werde wahrscheinlich auch fünfmal am Tag reduzieren müssen, weil ich meine anderen Flächen auch noch bewässern muss. Also fünfmal am Tag sollte, ach das kitzelt, fünfmal am Tag sollte das reichen. Ich habe auch nebenbei hier noch immer wieder die Unkräuter ausgezupft. So wie hier, zack. Und den auch hier, zack. Ich habe die Unkräuterchen rausgeschmissen. Ich hatte bis jetzt keine Probleme mit Vögeln. Heute sehe ich da eine Stelle, da hat irgendeiner rumgehackt in meiner Fläche. Unverschämt. Aber das war bis jetzt kein Problem. Ja, so sieht es aus. So, und jetzt endgültig Schluss. Danke fürs Zuschauen. Und ich freue mich auf euch im nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.